Guck mal auf die Setlist, wozu brauchst du den Bass? Ah, nein, ich wollte dich nur mal so ein bisschen anfassen. Ich hab's mich heute Abend anfassen, wenn du willst. Also wer passt denn so lange auf Truti-Hadi auf hier? Wer will? Hast du Rhythmus im Blut? So beim nächsten Lied würden wir uns vor allem hier so ein bisschen mitschnipsen würdet. Diese scheiße Lied ist mir hier gekommen. Das steht hier drüben bei Nellen. Auf geht's. Das steht hier drüben bei Nellen. 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 In meinem Toastbar ist alles Toastbar. Selbst in der Nacht bleibt es hier schön warm. Wenn ich das Messer schwenk, mach ich das sehr gelenk. Ganz klar mit meinem Toast bin ich hier der Schwarm. Toast. Brot. Brotelag, 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 Brotelag. Trost. Brot. Ganz schön. Na ja, also wie gesagt, wir haben uns halt über diese Single-Börse kennengelernt und na ja, na ja, schon, man muss ja irgendwie, wir brauchen ja auch Liebe. Ja, wir brauchen ja Liebe, also Musik besteht ja hauptsächlich aus Liebe so, man muss sich ja irgendwie, und Sex, ja, natürlich, Sex ist ein elementarer Bestandteil so. Na ja, und dann hat Otto mich halt angeschrieben und dann haben wir halt beschlossen so, okay, wir sind, na gut, ja stimmt, wir haben erst gechattet zwei Stunden und dann haben wir beschlossen, okay, wir sollten tatsache mal irgendwie uns treffen und aktiv werden, gerade für den Virus, ja. Also ihr habt euch musikalisch verliebt, ja? Ja, ja, sozusagen, auch auf der Ebene und auf vielen anderen. Ich will mich alle ein bisschen trost. Ich muss das hier rein, ich bin Schlagzeuger, hilf mir mal machen. Und du hast den Bassisten. Ja, ich mag schon. Wir haben heute oben geschüttet auf Sylofon, haben wir jetzt halt die Tasten rausgenommen, die nicht drin. Ich muss auch treffen. steigen, ist esushi. Ja, das war ja. Das war ja. Ich muss noch weiter. Ich muss noch weiter. Ich bin ein Penner, ich muss schlafen Unter der Brücke am Alten Hafen Im Container Nummer 4 Da steht mein Bier Am Tage bin ich auf der Jagd Nach Bantaschen aller Art Wenn ich genug gefunden hab Schieß ich mich ab Die Rezession ist eingetroffen Deshalb hab ich mich besorfen Meine Liebe ist zerstört Ich bin ein Hör Schon mein Vater hatte Recht Er hat die ganze Nacht gezächt Danach war ihm ziemlich schlecht Und das zu Recht Jeder Tag ist mir derselbe Deshalb spring ich in die Elbe Und das ist auch nicht das Gelbe Die Rezession ist eingetroffen Deshalb hab ich mich besorfen Meine Liebe ist zerstört Das ist unerhört Dort am Abend, wo ich wohne Bin ich ein Hörscher ohne Tyrone Dann ging das alles gar nicht ohne Schnaps Dankeschön So, also wir haben uns ja das beste Datum heute aus dem 11. September Komischerweise im Zeppel Das ist echt Nein, nein Das Lied, was wir jetzt spielen Ist der komplette Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe Ich sag, ich mir denk mal drüber nach Stimmung Das ist echt Wir stehen Wir stehen Alle stehen Wir stehen Stimmt! Die, die die Fahnen schwingen, wollen doch die Freiheit sehen, sie wollen ganz nach vorne, sie wollen die ersten Sachen, wir senden schöne Grüße.